Anhörung. Facebook-Chef Mark Zuckerberg äußert sich vor dem US-Senat zum fragwürdigen Umgang von Facebook mit den Daten seiner Nutzer. Anspannung, volle Alarmbereitschaft auf Seiten der syrischen Armee. Wer profitiert von einer weiteren Eskalation? Und Annäherung. Nach einem holprigen Start probt das neue schwarz-rote Kabinett den Teamgeist. Die Klausurtagung auf Schloss Meseberg hat begonnen. Mehr dazu heute um 23 Uhr in der Sendung Phoenix, der Tag.